Lino Margini, kurz vor der Pause noch das 3-0-Geschoss, das läuft wirklich ganz nach Ihrem Gusto. Ja, das ist ein super Zeitpunkt, sicher. Ich glaube, wir konnten von Anfang an Druck erzeugen, haben unsere Chosser genützt und für richtige Zeitpunkte die Goult gemacht. Sie wissen aber aus dieser Serie Rapperswil eine Mannschaft, die sehr zäh ist, die immer wieder zurückkommen kann. Was denken Sie jetzt, wie fährt man in der Garderobe weiter? Wird jetzt in der Pause diskutiert oder ist das jetzt, ja, jeder weiss quasi, was er zu tun hat? Ja, sicher, das ist erholen. Aber ich glaube, Rappi hat auch ihre Chosser gehabt und darum, wir haben unsere Chosser genützt und man schaut, dass wir hinten noch ein bisschen sauberer spielen, keine Strafe nehmen und vorher weiterhin so Druck machen, Fehler erzeugen und dann kaltblätig die Chosser, die wir haben, ausnutzen. Gleichzeitig aber, wie gesagt, hinten sauber arbeiten. Danke vielmals und gute Pause.